Dietmar Wischmeier liest Passagen aus seinem Roman Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur und fragt, stimmt's oder stimmt's nicht? Was ist genau so passiert, was daran erfunden? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Kundenrecht. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal irgendein Gerät bestellt hast und dann kriegst du einen Karton voll Einzelteile und eine Tüte Schrauben plus 6 mm Sechskantschlüssel. Den ganzen Summs sollst du dann anhand eines Zettels mit Bildern in der richtigen Reihenfolge zusammenbasteln. Ich sagte, das ist nix für Leute wie Schrage seinen Ältesten. Ich habe mir mal aus dem Baumarkt einen Betonmischer geholt, eine Attica für 979,90. Gar nicht lange her. Stand im Prospekt abgebildet in diesem typischen Attica Orange und ich also gleich hin nach Obi. Da stand sie auch direkt draußen vom Eingang mit Preisschild dran. 179,90 E. Wunderbar, dachte ich und habe das Teil hinter mir hergezogen nach dieser Kassenmamsellin. Die soll's sein, Fräulein, und ne Packung Weingummi dabei, bitteschön. Und streckte ihr vier Fuffis hin. Die Kassiererin guckte mich an, als ob ich ihren rechten Fuß kaufen wollte, nahm aber schon mal mein Geld, tippte drauf los und gab mir das Wechselgeld zurück. Das ist ein Ausstellungsstück. Da hinten steht der Stapel mit den verpackten Geräten, erzählte sie einen vom Pferd. Umso besser, dachte ich. Wie viel Prozent gibt's denn auf dieses Exemplar als Rabatt, gnädigste? Gar nichts, das ist ein Ausstellungsstück. Das können Sie nicht kaufen. Sie müssen die verpackten da hinten nehmen. Da hinten stand der Stapel mit Kartons, jeder ein bisschen größer als wie für ein Tausenderpuzzle. Und genauso sah es da drin bestimmt auch aus. Dann durfte man sich zu Hause die Attika stundenlang aus dem Teilerhaufen zusammenschustern, anhand eines chinesischen Comicheftes. Daran sind schon Ehen zerbrochen. Die Schweinehunde können die Attika auch bloß zu dem Preis raushauen, weil der Arbeitslohn für den Zusammenbau dem Kunden aufs Auge gedrückt wird. Ich nehm die hier, Fräulein, oder ich ruf die Polizei. Nein, ging ich knallhart in die Vollen. Laut Warenabgabegesetz sind Sie verpflichtet, ein preislich ausgezeichnetes Angebot einem Kaufinteressenten auch auszuhändigen. Andernfalls hätten Sie es ordnungsgemäß als unverkäufliches Ausstellungsstück kennzeichnen müssen. Tatsächlich hatte ich mal was Ähnliches irgendwo gelesen, war mir aber auch egal, ob das stimmt. Hauptsache Madame an der Kasse war geplättet. Und weil Sie mein Geld schon angenommen haben, ist es bereits zu einem Kaufvertrag gekommen. Da muss ich aber erst den Geschäftsführer, fusselte sie noch irgendwas. Ich hatte aber schon den Kassenbon in der Hand und dann meine Adresse auf einen Werbewisch gekrickelt. Und weil ich die Maschine nicht in meinen Pkw mitkriege, obwohl die in ihrem Prospekt als Mitnahmeartikel gekennzeichnet ist, scheiße ich sie zusätzlich vor Gericht an wegen unlauterem Wettbewerb. Es sei denn, die Attika steht heute Abend bei mir auf dem Hof. Hier wohne ich. Wiedersehen. Und gab ihr den Zettel mit der Adresse. Was soll ich sagen? Abends stand die Attika vor der Tür mit einem Brief vom Geschäftsführer und bitte um Verständnis. Man darf sich von den Brüdern nichts gefallen lassen, sonst wirst du in diesem Leben von jedem Schafscherer über den Tisch gezogen. Ist jedenfalls meine Meinung. Stimmt das überhaupt? Oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Den kompletten Roman mit 288 Seiten für 20 Euro aus dem Rowold Verlag Berlin gibt's in jeder Buchhandlung.